jo leute und damit willkommen zurück zu skyfactory world ja ähm beim letzten mal haben wir das haben wir beim letzten mal fertig gemacht schon wieder voll vergessen dabei war das erst gestern weiß ich gerade echt nicht ach ja die nether hühner geholt deswegen stand ich auch vor dem portal das portal gemacht ich bin auch so blöd irgendwie gerade hier habe ich lava fabrik gemacht für netherrack dass wir blast bricks machen können ihr wisst ja was wir machen wollen wir wollen nämlich wind und wasser park machen wind park wasser park für strom dann habe ich noch was gemacht kabel gemacht item dax kanten item kanten mit dax und alles geändert das habe ich weg gemacht dann habe ich den xp opelist gemacht bisschen level sind drin nur ein bisschen hier habe ich halt eingestellt das habe ich so gelassen hier habe ich einen filter reingebaut dass armor wegkommt dass es nicht zugemeldet wird alles das habe ich alles aus wegen gemacht in 10 stunden weil ich ganz zeit alle hühner züchten war um an die item konto jetzt auch anzukommen ergo wir kriegen jetzt posierenden iron können wir machen hier kommt noch ein zwiegern schicken hin das hat ganz schön lange gedauert die beiden sind dafür gewesen dann haben wir hier energetik alloy wir haben enderpearl wir haben halt lava und wasser wir haben diamant wir haben netherworld wir haben solarium schicken wir haben eigentlich soweit was wir brauchen bei äh was war da haben wir haben dark steel wir haben obsidien nehmen wir dark steel ingots wir haben stahl ingots dadurch könnten haben wir auch noch mal lead ingots bekommen ähh warte mal hier die steile schicken habe ich hier doppelt noch mal setzen aber wir die ja noch brauchen also ein bisschen gezüchtet das ist eine heiden arbeit gewesen 10 stunden häng ich da dran und fertig was das für ein geräusch immer gibt so dann stecken wir dich hier mit rein und dann gibt's elektrium das brauchen wir nämlich auch für die speed upgrades ähm ja du 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 öö wo ist es wahrscheinlich da nicht bei negatives hier leckt das voll aber sequins wahrscheinlich einiger über die animation würde ich mal so drauf tippen wo haben wir denn das buch die sind das und buch und hebel okay ja wieder gejoint was mache ich denn da gerade? ich wollte das hier weg machen das das nicht mehr leckt komisch dass das da beleckt ich weiß auch nicht wo dran das liegt vielleicht wisst ihr das ja äh ich brauche ein stick ich brauche ein buch da haben wir papier einmal leder war das so ne? ich brauche so selten bücher ja genau wir brauchen noch ein stick da haben wir noch einen war das stein oder kabelstone? ich weiß es gar nicht ich vergesse das jedes mal äh kabel 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 haben wir da nicht drin oder? ne naja haben wir hier auch ich musste das hier auch noch mal alles um ändern aber dafür brauchen wir erstmal die fluid pipes davon und das dauert noch ein bisschen so was haben wir das? ja ich weiß äh update news ok äh was haben wir hier sind die ores constructed wooden barrel traded wood tank tank ballon ok concrete wooden barrel power voice generation äh power generator knick knick die brauchen wir copper coil brauchen wir dafür das ist ein switch break switch blablab ein transformer ok das kenn ich noch nicht das ding redstone wires kenn ich auch nicht ich muss gleich gucken ja ne so einen brauchen wir nicht oh diesel generator ja ne da sitze ich mich so noch nicht man ich kann das nicht lightning what thunderstrike blitzopleiter der energie macht oh du 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 hey machine hol ich würde sagen ich baue erstmal äh das brauchen wir die brauchen wir ganz viel stein brauchen wir den brauchen wir so dann bauen wir erstmal zack wir nehmen halt immer die gleichen steine weil und ich kann ja auch immer ändern das ist das ja nicht so dann können wir noch mal kurz schlafen gehen bapa 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 wow warum renne ich so komisch rum man 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 so dann wollen wir mal das ein paar slips reichen erstmal ich wollte das dann hier hin bauen äh hier legt das kurz so ein bisschen ich kann auch wegen denen die ant liegen äh hier wäre das dann war ich da mit 2 oder? dann habe ich echt mit 2er breite gemacht ne? wenn 3er eigentlich besser ist machen wir das so dann werde ich das dann noch mal abreißen ich werde hier noch mal kurz was machen mache hier mal so müssen wir mal 9 machen davon haben wir keine mehr war ja klar so wie immer machen wir mal zack noch eingesammelt das geht schneller wenn du gleich alle abbaust damit außer hier das würde ich euch nicht raten dann sind ganz schnell die tiere weg ich hasse meine lehrtaste die hört man immer voll wenn ich jetzt ich drücke nicht mehr richtig rauf naja was solls keine ahnung wo mein lehrtaste so laut ist tschüss stein ok machen wir das ding auch nochmal breiter was ich nochmal machen werde ist wow ich werde ja ich habe schon so viel vernichtet ich habe schon so viel davon ne wir brauchen endlich mal diesen scanner dass wir das sehen können alles und besser suchen können warte mal ähm scanner das ist der hier bauen können wir uns den ja hop 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 Das, das, das. Vollviel Knochen drin ey. Lapis müssen wir noch dahinten haben. Kann vielleicht doch schon machen und zwar mit Solar. Lapis haben wir. Die fehlen Nuggets. Da war auch noch Eisen drin, habe ich gerade gesehen. Machen wir so. Dann brauchen wir mit die hier. Fehlt uns natürlich Stick. Wie immer. Stick Stick Stick. Gar nicht. Da. Ich hätte auch welche machen können eben. Aber ich habe irgendwie zu viel rumliegen. Was Sticks angeht. Vier. So. Sag nicht wir haben hier jetzt kein Gold rumliegen. Oh man ey. Die Klappe ist immer noch offen. Gold, 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 Gold. Ja. Bisschen viel. Ich muss das auch mal wieder sortieren. Aber das bringt so halt nichts irgendwie. Haben wir den hier. Aber der läuft halt nicht ohne Strom. Das ist so ein bisschen das Problem. So. Dann brauchen wir jetzt Strom. Machen wir jetzt einfach mal zwei. Enderman ey. Mh. 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 Sollte eigentlich damit laufen oder? Ja komm. Oh ja. Wieder so klar. Ähm. Da. Hallo. Okay. Ups. Ich sollte damit nicht draufklicken. Ah. Da. Scan. Scan. Ähm. Ich mach mal auf 11. Das Ding ist ja 11x11. so. Ähm. Ab nach oben damit. Das ist alles. Okay. Option manual mail. Achso. Das ist die komische Textur. Ah. Das wollte ich ja grad. Kann man das sortieren. Aber jetzt kann ich halt. Wir haben 272 Diamanten. Und viel zu viele Eier. Oh. Wir haben gut Kohle. Wollte ich sagen. 10.950. Ne. 10.950. Resortiert das aber nicht so wie ich will. Kann man das denn einstellen? Oder ist das jemand? Ja. 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 Wie kannst du Recipe speichern, würd ich sagen. Damit hab ich halt noch nicht wirklich gearbeitet, ne? Aber. Wurden überlegt. Ah. Das ist doch schon viel viel besser. Guck mal die Bags. ja die müsste man halt kann man so machen mache ich ja mal so wie funktioniert das ich habe keine ahnung wie das geht habe ich es weggemacht gerade so aber gut so kommen wir einfach rein ja ich muss wo muss ich das ding eigentlich da dran haben ja ne ne muss ich gar nicht kann man so einfach hinstellen ja tipp tipp das brauche ich noch ich weiß gar nicht was ich gerade noch brauchte ok ach so jetzt weiß ich wieder was ich wollte boah hehehe hehehe nemm müssen wir gucken dass wir anders drauf zugreifen nicht da weit weg ähm diaz kann ich auch ne ne shift click ok ja kommen zwei reichen stick viel stück davon eigentlich hätte ich auch gleich so machen können so wenn ich wüsste wie das geht ich muss damit auch erstmal klarkommen weil ich hole das eher raus aus dem Inventar jetzt ja wenn ich so mache guck mal noch nicht jetzt da ist nichts drin hmmm flat oder brauchen wir dafür noch irgendwas dass das funktioniert so naja zwei dias ich wie gesagt ich habe davon noch keine ahnung ich muss erstmal noch gucken wird schon so aber jetzt gehe ich nochmal schlafen und dann fange ich daran was ich machen wollte und zwar erstmal die plattform bauen dafür brauche ich das das so mache ich das hier nochmal ran zack zack die hier äh boop falsch natürlich so so hier blubb blubb mach das mal bis hier natürlich habe ich davon nichts mehr würde eigentlich passen, wenn ich den nicht auf die ecke gesetzt hätte, dann würde das von der menge her passen, dann mache ich das so, 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 natürlich eine zu wenig, warum auch nicht, da würde es nicht hin, dahin, dahin, da, ihr leckt das immer so ein bisschen, oder kommt mir das nur so vor, sagen wir noch mehr, okay, dann würde ich sagen, ich schalte hier die kamera um, einmal so, und beginne hier mit dem zeitraffer, dann würde ich sagen, bis gleich leute. Bis zum nächsten Mal. So, da bin ich wieder, na gut, ich bin nicht komplett fertig geworden, aber der Grund liegt da dran, weil ich halt zu wenig Steine habe. Ja, ich habe überhaupt gar keinen Stein mehr, ich hätte da mal dran denken sollen, oder vorher überlegen, das hier erstmal nicht so groß zu bauen, aber gut, was soll's, dafür haben wir jetzt erstmal ein bisschen Fläche, Zaun ziehe ich noch nicht rum, mache ich später irgendwann mal, ich würde sagen, den tue ich hier hin, ich glaube, das ist auch so richtig zu bauen, den da, ich habe, ich wusste es nämlich gar nicht, so, normalerweise dann so, ganz anders als die Textur. Funktioniert das überhaupt, den da so ranzuhängen? Wahrscheinlich ja nicht, wahrscheinlich muss ich noch eine Pipe ran bauen, oder, ich mache das halt so, äh, so ein Teil ran, ich kann das wahrscheinlich auch da oben ran machen, dann machen wir mal so, Verbinden die sich nicht? Oder wie ist das bei denen? Wird ich ja sehen. Ich hole mal nochmal ein paar Transport Pipes, Speed Upgrades und Kohle. Transport. Ups, ich wollte keine Stackweiser haben. Ähm, ja, Upgrade, eins, zwei, drei, vier, vier, vier Steck gehen ja nur. Cool. Hauen wir uns ein bisschen Stackweiser erstmal. Äh, pop. Cool. Hä, was war das? Wofür ist das Ding überhaupt da? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Hm. Chest. Hopper. Habe ich die hier nicht reingetan, die Hopper? Ich glaube, ich habe gar keine Hopper gerade. Hm. Iron. Das tue ich rein, das tue ich rein. Chest. Hundertfünfundzwanzig, oder hundertfünfzig, hundertfünfzig kleine Chest, also normale Holzchest. Ja. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ich versuch's mal. Ich könnte eigentlich Itemtacks nehmen, aber irgendwie... Wozu sollte ich? Ey, das war doch schon richtig so. Geht das überhaupt von oben? Wie gesagt, ich weiß das nicht. Gucken. Scheinbar nicht. Warte mal. Ja komm, aufstellen. So, nochmal gucken. Hm. Nehmen wir diesmal die. Okay. Das funktioniert so schon mal nicht. Müssen wir so reintun, oder wie? Funktioniert das echt mit den anderen in den Conduits? Ne. Musst du das echt per Hand reinlegen? Mit dir? Ah, das funktioniert. Alles klar. Auf dem funktioniert das auch wirklich. Ähm. Last. Was steht eigentlich im Buch? Guck ich gleich nach. Ja, du kannst doch nicht schlafen, ist doch dunkel genug. Jetzt. Das war der Blast Furnace. Oder bin ich Gaga? Furcht Blast Furnace. Gibt es da gar keinen weiteren, oder? Hier gibt es auch keine Suche. là我們 eine Menge. Coq-Ofen. Corsicoil. Coq Wix. Und so, ja gut. Ich brauche eine Cock-Open. Ich Hampelmann, ey. Ja gut, dann bauen wir den halt daneben. Den bauen wir dann hier hin. So, so. Warum habe ich denn den falschen genommen? Ich habe keine Ahnung. Naja, was soll's. So, jetzt haben wir den richtigen. Geht das denn? Natürlich geht das. Ähm, das. Einmal abtrennen. Machen wir einmal so. Du shest. Einmal so. Extract or resect. Insert. Rein mit der Kohle. Und es geht. Was für ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Dup, 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 dup. Oh Mann. Ich hoffe, wie gesagt, dass das funktioniert so. Komm, auf da. Warum nehme ich eigentlich nicht die Spitzsacke? Ja. Ich frage mich sowas auch mal selbst. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. So. Dann haben wir den da ran. Zack, zack. 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 Äh, Speed Upgrades rein. Und jetzt brennt der erstmal. Obwohl, ich hatte ja auch. Warte mal. Machen wir kurz. Ich glaube, das dauert etwas länger, aber egal. Hup. Hup, hup. So. So. Dann Back. Was dauert dann jetzt erstmal etwas? Bis wir das fertig haben. So. 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 Mal so. So. Und einmal so. Okay. Das funktioniert ja auch. stack rein, einmal so und wie gesagt das dauert in der zeit würde ich sagen ich habe keine ahnung was wollte ich denn noch machen normalerweise müsste die plattform fertig werden ein es ich w Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sollte mal schlafen gehen, gut dass ich zwei Betten stehen habe, nicht mehr da drüben, da wo die ganzen Monster jetzt gespawnt sind Wow Und es brennt, sieht, sieht er noch auf der anderen Aha, schau ich mal wieder um Äh, was wollte ich, was wollte ich F7 Das wollte ich Was abgestürzt Komm, stipp doch mal da Ja, vor allem das Autsch Hallo 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 Creeper Nein Ich muss noch was machen Fällt mir ein Reicht das noch? Ja So 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 Ups Das mach ich mal an Jetzt können die Creeper Rings nichts kaputt machen Autsch Was war das? Ja Daran sollte man eigentlich denken Biss mal ausleuchten, ne? Biss mal ausleuchten Nein, wozu soll man noch dran denken? Einfach mal dunkel lassen Und hier eine Monsterplattform draus machen Jo, läuft Läuft bei mir wie immer Irgendwie leckt das grad so ein bisschen Zumindest kommt mir das so vor Ja, guck mal Mach du nur in den einen, alles klar Das sind keine Connected Tanks Das ist doof Das ist doof Ach, das dauert ganz schön lange Hm Crustol 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 Olla Ich habe ja genug Eimer Oh Crustolöl Paar hab ich davon Okay Ich könnte noch ein paar Torch machen, aber Ich wollte ja Hier was machen Und zwar den da raus sitzen Und ich würde sagen Ich würde hier erstmal die Aufnahme beenden Mit der Super Monster Plattform da Das werde ich gleich zu Ende ausleuchten Und Ich würde noch mal Ich würde noch mal